Moin Leute, kennt ihr das? Heute Abend geht es zum Grillen und was habe ich noch nicht? Geile Brötchen. Ganz einfach, saftige kleine Brötchen, einen schönen Knoblauchdip dazu. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 300 Gramm Mehl, 130 Milliliter Wasser, dann brauchen wir einen halben Hefewürfel, das sind 20 Gramm circa, zwei Teelöffel Zucker, einen Teelöffel Salz und einen Esslöffel Olivenöl. Als allererstes nehmen wir die Hefe und bröseln die mal in so laubarmes Wasser. So, das dauert immer einen kleinen Moment, das muss kurz mal auflösen. Während die Hefe eben sich im warmen Wasser auflöst, habe ich schon mal Salz und Zucker und auch nochmal den Esslöffel Olivenöl ins Mehl rein. Jetzt warten wir kurz, bis die Hefe aufgelöst ist. Das ist auch wichtig, dass sie dich wirklich ganz auflöst, damit ihr auch schön dann gleich den Teig zum Aufgehen bringt. Was machen wir damit? Ganz klar, ab zum Mehl damit, alles rein. Zack, ich habe hier so eine schicke Küchenmaschine, das kann man auch mit der Hand machen, aber... So, und wie ihr seht, da vorne, da kneten gerade die Pizzabrötchen. Und nebenbei braucht ihr hier vielleicht noch was Leckeres, später nach ein paar Gläschen haben wir ja vielleicht ein bisschen Heißhunger. Guck mal bei Berger Mix Mix rein, da gibt es nämlich so richtig schön lecker Brownies. Fatschen damit, guck mal rein. So, jetzt sieht man, dass langsam so ein Teig draus geworden ist, dann aber trotzdem nochmal ein bisschen kneten lassen, weil so mehr man knetet, umso fester wird das und nachher werden die Brötchen dann von innen so schön saftig. Jetzt gucken wir mal rein, wie das denn so aussieht hier. Dann nehmen wir uns den mal raus. Ja, ich gebe dem jetzt nochmal so mit der Hand nochmal so einen Twist, dass ich von außen nach innen, ich zeige euch da mal von der anderen Seite, immer so rein drücken und immer von außen nach innen. Das sieht dann so aus. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Kugel, Teig, dann können wir unseren einfach drauflegen und so ein bisschen Mehl oben drüber, dass wenn er aufgeht, nicht so viel am Rand fest. So eine Stunde gehen, also die Größe sollte, wie man das so gerne hört, verdoppelt werden. Und wenn es dann verdoppelt ist, dann machen wir weiter damit. Das heißt, den stellen wir beiseite, Tuch drüber, zack, beiseite stellen irgendwo. Und jetzt haben wir natürlich eine Stunde Zeit und was wir da machen können, ist unseren geilen Knoblauchdip. Er macht Knoblauchdip. Er macht Knoblauchdip. Also, wir haben hier eine Schüssel, ich habe schon mal alles reingetan. Quark, Crème fraîche, Frischkäse, Pfeffer und Salz, Schnittlauch, Öl, Olivenöl gerne und dann habe ich eine schön große Knoblauchzehe genommen und die da reingepresst. Und ganz easy peasy, einfach mal schön hier mit dem Löffel alles verrühren. Also quasi die vier Milchproduktzutaten zu gleichen Teilen habe ich drin. Ich habe jetzt jeweils zwei Esslöffel genommen. Das ist jetzt, sage ich mal, genug so für zwei Leute, reicht das. Kurz mal schmecken. Sensationell. So, das kommt jetzt nochmal in eine andere Schüssel rein. Folie drüber, ab in den Kühlschrank und wenn es dann so weit ist, einfach rausnehmen. So, jetzt ist eine Stunde rum und den müssen wir natürlich teilen, weil wir mal ein Pizzabrotchen haben. Einfach mal Teig auf den Tisch. Dann teilen wir den in 16 Stücke. Das heißt, immer die Hälfte. Daraus machen wir jetzt kleine Bällchen. Einfach in der Hand drehen oder man macht immer die von außen nach innen Nummer. So, 16 Stücke. Die müssen jetzt nochmal kurz ein bisschen chillen, so 10, 15 Minuten. Dann gehen die nochmal so ein bisschen auf und dann ab in den Ofen. Ihr könnt jetzt schon mal den Ofen anmachen. 170 Grad Umluft. Dann nach dem Ziehen geht es weiter. 10 Minuten sind vergangen. Die Dinger sind jetzt ein bisschen aufgegangen. So ein klein bisschen Mehl auf den Löffel und einfach mal so ein bisschen überall oben drüber. Dass alle so ein bisschen was abgekriegt haben. So sieht das aus. Und so geht das jetzt 10 Minuten bei 170 Grad Umluft in den Ofen. So, 10 Minuten sind vorbei. Jetzt einfach mal ein bisschen abkühlen lassen das Ganze und dann schön guten Appetit. Da sind sie. Guck mal hier. Lecker Brötchen, Knoblauchdipp. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt grillen. Und nochmal einen für den Weg. Hm. Das ist mir schmecken. Ach ja. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt. Einfach mal bei Berger Minzmix subscribe, like und comment. Ihr wisst wie das funktionieren. Schönes Wochenende. Tschüdelü.